Er steht direkt neben dem Parameter a, der neue Parameter b bei der Sinus-Funktion. Und glaube mir, der wird dir einiges abverlangen. Während du nämlich die anderen drei Parameter in irgendeiner Art und Weise bei anderen Funktionsklassen schon benutzt hast, kommt der Parameter b ganz neu daher. Vielleicht ein Grund dafür, warum sein Einfluss am schwersten zu verstehen ist. Und genau deswegen gehen wir die ganze Sache heute aus einer anderen Perspektive an und schauen uns die Anwendung des Parameters in der Physik an. Und keine Panik, du brauchst dafür weder physikalisches Grundwissen noch sonst irgendwas. Mit diesem einfachen Beispiel wird sich die Bedeutung des Parameters b von ganz alleine klären. Hier ist das Setup für das heutige Video. Mit dem roten Auto werden wir die normale Sinus-Funktion beschreiben. Wenn sich das Auto nämlich im Kreisverkehr bewegt, lässt sich das äußerst gut mit der Bewegung eines Punktes auf dem Einheitskreis vergleichen. Und das? Jupp, das war ja mehr oder weniger der Ursprung der Sinus-Funktion. Neben diesem roten werden wir weitere Autos mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten kreisen lassen. Das sieht zwar am Anfang noch ziemlich chaotisch aus, wird aber äußerst harmonisch enden und dir die wichtigste Bedeutung des Parameters b liefern. Im Endeffekt entspricht nämlich die Geschwindigkeit eines jeden Autos dem Parameter b der zugehörigen Sinus-Funktion. Heißt, wenn du verstehst, wie die Geschwindigkeit mit der Rotation des Autos zusammenhängt, dann verstehst du auch den Einfluss des Parameters b. Beginnen wir zuerst mit der normalen Sinus-Funktion und dem roten Auto. Überträgst du seine Höhe in ein neues Koordinatensystem, so ergibt sich die normale Sinus-Funktion. Warum das zu Sinus, kannst du dir in diesem Video übrigens nochmal anschauen. Das Auto braucht demnach in etwa 6,28 Sekunden oder 2 Pi-Sekunden, um eine Umdrehung durchzuführen. Hm, naja, ich hab's in der doppelten Zeit programmiert, damit es für uns nicht so schnell geht. Entscheidend ist aber, dass das rote Auto in einer Zeit von 2 Pi-Sekunden genau eine Runde fährt. Die zugehörige Funktionsgleichung wäre der Sinus von 1 mal x. Das zweite Auto hingegen soll mit der doppelten Geschwindigkeit unterwegs sein. Es sollte dann aber auch in den 2 Pi-Sekunden nicht nur eine, sondern zwei Umdrehungen schaffen, oder? Und das sieht dann am Ende tatsächlich genau so aus. Wenn das rote Auto beispielsweise eine halbe Runde geschafft hat, hat das grüne bereits eine ganze zurückgelegt. Der Winkel des grünen Autos ist daher immer doppelt so groß wie der des roten. Es erscheint also sinnvoll, die Funktionsgleichung durch den Sinus von 2 mal x zu beschreiben. Und genau da steht er in grün, der Parameter b bei der Sinus-Funktion. Ohne diesen physikalischen Kontext sagt dir der Parameter b also, wie viele ganze Sinus-Funktionen in 2 Pi gequetscht werden können. Beim Parameter b ist gleich 2 sind es genau 1 und 2. Beim Parameter b ist gleich 4 hingegen 1, 2, 3, 4 ganze Sinus-Funktionen, die innerhalb von 2 Pi Platz finden müssen. In dieser Art und Weise lässt sich das auch wunderbar mit unserem physikalischen Beispiel verknüpfen. Wenn die Geschwindigkeit des blauen Autos 4 mal so groß sein soll wie die des roten, dann müssen in den 2 Pi Sekunden auch 4 mal der Kreis umlaufen, also 4 mal die Sinus-Funktion abgefahren werden. Die normale Sinus-Funktion wird durch den Parameter b also in x-Richtung gestaucht. Zumindest, wenn der Parameter b größer als 1 ist. Wenn b genau 1 ist, dann stimmt die neue Sinus-Funktion mit der normalen überein. Wieder einer der Momente, in denen Multiplikation mit 1 nichts ändert. Wenn der Parameter b dann aber zwischen 0 und 1 liegt, geht die neue Sinus-Funktion aus einer Streckung hervor. Für b ist gleich 0,5 muss eine halbe Sinus-Funktion in 2 Pi passen. Das ähm, pinke, rosa? Das Auto mit der komischen Farbe und der halben Geschwindigkeit hat nach einer vollen Umdrehung des roten gerade mal die Hälfte im Kreisverkehr zurückgelegt. In die 2 Pi, der normalen, passt nur eine halbe der neuen Sinus-Funktion. Ganz analog beim Sinus von 1 Viertel x. Die Sinus-Funktion wird weiter gestreckt, sodass in 2 Pi jetzt nur noch eine Viertelperiode der Sinus-Funktion passt. Diese Streckung wird größer und größer und verläuft für b ist gleich 0 im Sand bzw. auf der x-Achse. Im letzten Fall, nämlich dann, wenn der Parameter b kleiner als 0 ist, kommt noch eine zusätzliche Spiegelung hinzu. Die neuen Graphen sind im Vergleich zu den positiven Werten einfach an der x-Achse gespiegelt. In der Physik lässt sich dieses Minuszeichen wie so häufig als Richtung interpretieren. Das Auto fährt damit in mathematisch negativer Richtung, also im Uhrzeigersinn durch den Kreisverkehr. Und natürlich hätte ich das Auto auch umdrehen können, aber irgendwie finde ich es amüsant, dass das Auto rückwärts fährt. Abschließend möchte ich auch dieses Video mit den Eigenschaften der Funktionen, die sich unter dem Einfluss des Parameters b ändern. Und von all den hier aufgelisteten Eigenschaften sind es tatsächlich auch nur die letzten beiden hier unten. Heute gucken wir uns erstmal allgemein an, wie sich die Periode der Funktionen verändert. In diesem Video hier oben zeige ich dir dann detailliert, wie du das bei den klassischen Übungsaufgaben anwenden musst. Aber legen wir erstmal den Grundstein und entdecken die zweite wichtige Eigenschaft dieses neuen Parameters. Dazu fügen wir noch einen weiteren Regler hinzu, der dir die Periode der aktuellen Sinusfunktion anzeigt. Für b ist gleich 1 ist das die normale Sinusfunktion mit der Periode 2π. Für den Parameter b ist gleich 2 hingegen müssen laut unseren Überlegungen in 2π auch zwei volle Sinusfunktionen, zwei Perioden passen. Eine Periode muss daher genau die Hälfte sein und bei π liegen. Andersherum, wenn der Parameter b bei 0,5 liegt, dann passen in 2π halt nur eine halbe Sinusfunktion. Die Periode muss hier doppelt so lange sein und liegt beim Doppelten von 2π. Was ja aber prinzipiell dasselbe ist, wie durch 0,5 zu dividieren, oder? Insgesamt kommt man somit auf die wunderbare Idee, dass sich die Periode p als 2π geteilt durch den Wert des Parameters b ergibt. Naja, fast. Man muss im Allgemeinen nämlich den Betrag des Parameters nehmen. Die Ursache? Die kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Natürlich hängt das mit der Spiegelung an der x-Achse zusammen, sobald der Parameter b negativ ist. Für b ist gleich minus 1,5, sagen wir aber nicht, dass die Periode minus 4π, sondern weiterhin plus 4π ist. Und genau deswegen nimmt man in der Formel oben links den Betrag von b. Anwendung zu diesen beiden Eigenschaften des Parameters zeige ich dir wie gesagt im nächsten Video. Irgendwie müssen sich diese Graphen ja auch ohne fancy Animationen zeichnen und ablesen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.